Auf über 2000 Metern, hoch in den Alpen, die Weltcup-Piste im Montafon in Österreich. Genau die richtige Herausforderung für Martin Ruf. Dem selbstständigen Finanzberater ist kein Berg zu hoch, keine Abfahrt zu steil. Denn die Herausforderung weckt seinen Ehrgeiz. Das ist sein Schlüssel zum Erfolg. Ich denke mal, bei der Herausforderung ist für mich wichtig, das Risiko abzuschätzen. Ob das beim Skifahren ist, ob das ein steiler Hang ist, wo ich weiß, ja, ich kann das schaffen. Auf der anderen Seite war es hier genauso den Schritt, in den mobilen Vertrieb zu tun als Selbstständiger. Und wie im Sport, wenn man dort gewisse Risiken auch eingeht und weiß, man schafft es, so war es auch dann hier letztendlich bei der Entwicklung im mobilen Vertrieb. Seit 15 Jahren ist Martin Ruf als selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank im Einsatz. In seiner Stadt Rottweil kennt er die Kunden gut. Und die Kunden können sich auf ihn verlassen, denn kein Weg ist ihm zu weit. Für ein Beratungsgespräch fährt Martin Ruf auch zum Kunden nach Hause. Flexibilität gehört für ihn zum Service. Ich betreue die Kunden seit vielen Jahren und wenn dann ein Kunde mal weiter wegzieht, ist es für mich auch kein Problem, solche Kunden weiter zu betreuen und dann einmal eine längere Fahrtstrecke dann in Kauf zu nehmen. Und die Kunden genießen das und mir macht es richtig Spaß, wenn ich hier auch einfach unterwegs sein kann und die Termine direkt bei dem Kunden mache. Martin Ruf hat sich für die Selbstständigkeit entschieden und hat viel erreicht. Er setzt sich immer wieder neue Ziele, behält die Märkte im Blick, will die Kunden zuverlässig beraten. Seine Motivation, die eigenen Rekorde brechen. Sein Ziel, zufriedene Kunden. Wenn ich mich verbessern will, dann muss ich einen Schritt nach dem anderen machen und ich glaube, das kommt eigentlich nur über eine langjährige Kontinuität. Jedes Jahr ist eine neue Herausforderung und wenn das letzte Jahr gut war, dann will man im nächsten Jahr einfach noch besser sein. Martin Ruf. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit erfolgreich. Als selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank. Erfahren Sie mehr auf db-finanzberatung.de Slash Karriere